Ui, ui, ui. So, schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten. Irgendwie ist Parvati weg, die Sammlerin, die wie Parvati ausschaut. Und jetzt ist dieser Typ da. Wo ist sie? Wo ist sie? Höllenloch. Es ist klein, aber mein. Oh, dieser Lacher. Dieser Lacher. Okay, in den Rücken, du wirst es nicht sehen. Oh, der ist wohl getroffen. Hilfe! Macht Spaß, Knallkopf! Hold 6 nach 50 Gewicht. Da. Da hat viel Lot. Und gute Lot. Aber wo ist Parvati? Verdammt. Verdammt. Dann werde ich mich hier mal durchluten. Und der verdammte Lacher auch noch. Haben wir verloren. Gewinne gerade Karma wieder zurück. Ah, Raketen waren hier. Hm. Wahrscheinlich einmal eine Person. Dann. Verschwindet sie einfach. So. Das glitschke total. Was gibt es in dieser Lane? Monika, Kleisnegel. Bitte lieber eine Monika. Das Gleisnegel. Das Gleisnegel. Wollte ich nicht sagen. Hm. Was? Stimmt mit mir nicht. Eine Arbeitskollegin, die ist Monika. Coole Frau. Coole Frau. Kronkraken, Kronkraken. Das ist die Shotgun. Schwer, das ... Kann ich nicht. Ah, 35 Prozent. Mist. Alles was über 50 ist, habe ich noch nie geschafft. Oh geil. Unser Tenpenny. Direkt im Decke. Provative! Vielleicht schaffe ich es nochmal dann, wenn ich mit diesem Spiel fertig bin, die Outer Worlds anzufangen. Aber wahrscheinlich in Englisch. Ich habe deine Arbeit getan, Bro. Ups, sorry. Das ist nicht Gustavo. Wo ist Gusti? Hey, hey, Gusti. Ich habe einen Pfeil. Ich habe hier einen Pfeil, der mich hintötet. Ah, hallo. Edgar Wellington, der zweite zu ihren Diensten. Moment mal, ein Eindringling. Es gibt wirklich keinen Grund, hier pampig zu werden, Junge. Wir sind alle etwas beunruhigt, was diese Gule angeht. Sie wissen nicht zufällig über Gule Bescheid. Sind schon tot. Meine Herren, hört sich an, als wären Sie wie gemacht für die Situation her. Reden Sie mit Gustav. Oh, der ist schon tot. Das ist ein Tempenny dann zu nerven. Yay. Oh, der Loader ist nicht der Loading Screen dort schon lange. Okay, passt, passt. da weh. Das Chilt. Hätte nicht gedacht, dass Sie das drauf haben. Ich lag wohl falsch. Gut gemacht. Ohne die Gule ist das Leben deutlich unbeschwerter. danke sie möchten jetzt auch sicher die belohnung hier sind ihre kronkorten vertrag erfüllt honorar gezahlt deshalb sind wir aber noch keine freunde verstanden und jetzt verschwinden sie oder typ ja ich habe verkauft ich hole mir die andere schaut dann gleich ja übrigens zehn gewicht wir haben ein augenbrot hellen bekommen und diesen netten leuten und mit der ameisenkönigin wunderkleber muss man schauen was ich brauche wo ist der helm der hat viel zu viel gewicht aber ist eher realistisch nein was ist der erste ach schau der donk scheiße aus augenbote hellenbohr ist hier ok ich habe sie in der werkbank sehr erfreut sehr erfreut na na drauf willkommen im tenpenny tower und nämlich die stiege und ich nicht auf den licht wenn man und 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 altmetall klammern nein gute arbeit team hab die tür wieder aufgemacht auch ist jetzt wieder zugemacht ehrlich gesagt echt gute arbeit Mist nicht offen nein nein wer ist noch hier klammern keine h-klammern keine h-klammern jedes mal jedes mal hallo hallo gute arbeit sie haben uns diese widerlichen kreaturen vom hals geschafft sie haben sich wacker geschlagen wie schön dass sie sich um unser kleines gut problem gekümmert haben melissa wieso suchst du dir unter den damen im tower nicht ein paar freundinnen nicht dass mich deine stelle ich habe das gefühl dass du mich loswerden willst ich dachte dass meine karte ist ups wer ist hier drinnen ja ja und von safe nein hallo hallo wie es hier stinkt glaube ich nicht wie läuft's auf oh ok wie komme ich zu mr tenpan ich glaube der lift unten und nur der lift aber ich gehe die versuche da drinnen waren gerade nutzlos ach nein hallo ok das wäre meine suite wenn ich die bombe gezündet hätte leider stamm klingt nicht interessant wo gehst du weiter ich bin ich froh dass sie hier sind dieser gustavo ist ein echter loser im gegensein ja bist du da wo würde dich nicht ausrauben glaub mir wie sieht's aus in letzter zeit mal wieder ein paar zombies umgelegt ich hoffe sie planen keinen einbruch wo geht's zu mr tenpenny okay das war nicht Anhalten nicht. Zeit für den Shotgun. Ich habe doch sicher genug zu messen. Blutpaket mit Kartoffelchips. Geiler Kombi. Geht runter wie nichts. Zwie rote Rüben, Kartoffelchips. Beste, wo es gibt. Ok, Krogni. Mach weiter. Der Haltungserfolge ein, so wie in echtem Leben. Ok, Evergreen Mills. Gut, ein Bannister. Kann ich mal rüber wieder. Kriege ich vielleicht ein paar Satzrüstungen. Diesmal nur eine Elkenknospen im Wasser. Oh, verdammt. Das sollte man anscheinend nicht rein spawnen. Ok. War das schon alles? Haha, wie ich das vermisst habe. Oh. Oof... Nimm Stimpaks. Verdammt, hör auf mit der Shotgun da vorne herum zu tanzen. Ach gingen, der Typ tanzt mir zu viel. Oh. Ich will diesen Kopf auf einem Satz. Luchten Teller. Oh. 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 nicht wiederkehren, nicht wiederkehren und es ist wieder mitten in der nacht oh, ich sehe ja gar nicht hier anscheinend ist das ein Ort, wo man nicht spawnen darf und natürlich sind da noch immer Leute mein Wort kann ein, danke ok wo ist der Typ, den ich mit der Schultern erledigt habe so, da ist ein Teil wirklich kann ich nicht looten, Mist hab ich schon gelootet A-Klammern? natürlich nicht sowas gibt es doch gar nicht A-Klammern? nein leider aus verdammt ah, hier wo sind das ein Raketenwerfer nicht benutzt wird? warum nicht gleich voll machen? anscheinend kann ich hier wieder zurückkommern um mir mehr zu holen, wenn ich H-Klammern mal habe ha 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 dann probieren wir es wirklich 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 spiel oh Gott es hasst mich gerade es hasst mich ha ok, wir suchen ein fettes Radar natürlich natürlich Lager uh, da hat gute Treffer gelandet da hat zu viel Leben der Typ 50 zu wenig zu wenig zu wenig was wird reichen NIEMALS ich bin auf deiner Seite sie sollen mich in eine Kiste stecken und nach Hause schenken hm du bist zuhause ja warum gibt es hier gerade die fetten Typen gehen wir noch längs wach wach das ist gerade kein cooler fight ich hätte zwar die Sniper Muni aber die ist zu wertvoll da unten gibt es die Shotgun oder? oh oh i'm not tripping ja hier sind wir richtig 21 minuten oh ich lecke total 1 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 Ja dieser Typ, dieser Typ, der schießt mich an, wirklich, dieser Distanz. Ich muss mal einen Weg runter finden, oder einen besseren Sniper-Spot. Ah, zu viel Kugeln verbraucht für den Schuss. Die leckt es extrem. Oh, das ist ein langer Weg runter. Ach, jetzt hat er wieder fett geleckt. Wegen Leck möchte ich nicht sterben. Okay. Hier wird er einen fetten Kampf geben. Hier, das ist eine Küche. Oh, das ist ein langer Weg. Die auffälligsten Mienen ever. Wie komme ich hier hoch? Ich löse sie ja gar nicht genau aus, normal. Verteilig. Ach du, ich weiß nicht, ob ich da so kurz gesehen habe. Ich habe verdammt viel geleckt. Oh, hey, da. Ich sollte noch mal meinen Schlepp denken. Ja, das hat es auch noch nicht runter geschürft. Die trödeln wieder. Nehmen wir den Sklaven. Jetzt geht's ja erst die rechte Flanke entlang. Vielleicht nicht die Mädel früher getötet. Oh, das ist nicht doch wer. Vielleicht kriege ich mal ein Team, wenn ich hier reingehe. Team. Wo ist die Unterstützung? Hm. Ich glaube, es überhitzt zwar nicht, aber irgendwie ist es trotzdem alles ein bisschen langsamer. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Komisch, komisch. What the hell, mate? Ach komm schon. Diesen Ladebildschirm. Okay. Da. Jetzt hätte ich ganz spät irgendwo nochmal gespeichert gehabt. Gehattet. Gehattet. Hier oben. Behütet. Gehattet. Vielleicht kann ich die Hammer mitgenommen. Verdammt. Uh, mir ist der Küchen. Haar-Klammer. Nein. Haar-Klammer. Du bist- Schlüssel. A-Klammer. Schurt. Mist. Verr du da? Okay. Hör ich dir hier? Warum stehen wir hier rum? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Tja, 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 tja. Gratulation, Entschuldigung, wir schlafen ne Runde, ein Stünzchen, ein Stünzchen, ein Stünzchen, ein Stünzchen, ich lebe auf wieder, oh ja, ich bin doch. Oh, was hat der Dieb gerade gestarrt? Ah, bitte kurzer, bitte kurzer, ja, ey Mädels und Jungs, warte mal, oh, das ist auch ein Raider, hab ich euch das bestürt, Mädels? Glauben wahrscheinlich noch. Es ist der 15 falsche, oder die falsche, ja. Ah, Klammern, es gibt keine mehr, es gibt keine mehr, ich hab aufgegeben. Weggetreten. Ah, was solange Spachtel gibt. Und bitten zum Heilen. Nimm ich. Nimm ich. Entschuldigung, ich war dabei. Nein. Einzige, was ich haben will, das Spiel sagt nein. Ich will eigentlich alles haben. Schauen wir mal, was wir brauchen für das. Und das. Stützbondage Ledergürtel, okay. Wer merkt? Wer merkt? Oh. Moment. Ja. Dann haben wir ein schönes Brett, die gemacht. und so bad slow motion is crazy die mara 10 millimeter pistolen yep du schläg ich hab ein die kriegen wir es leckt so verdammt viel muss der fette typ sein oder ist nicht draußen oder der ist draußen verdammt er will mich er will mich draußen rechtern mit der nur granate in der hand herum ich kann nicht auf nahkampf gehen jetzt ich muss deine waffe fallen lassen du tschuld oh je das brauche ich genau noch nur zur sicherheit obwohl das wahrscheinlich auch nicht helfen wird ich habe ich sage für die immer Leben! Ach, hör auf, du verfehlst mir. Ich glaub, Clover ist tot. Verdammt, 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 verdammt. Okay, das ist gar nicht cool, das ist gar nicht cool. Was ist das? Oh, wie Minen, einfach Minen legen. Lange ich auf Jerry probiert. So hab ich was gesagt, warum hab ich was gesagt. Gut genug. Letzter. Ach du verdammten Scheiße. Das war's nicht wert. Glover zu verlieren war's nicht wert. Awww. 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 Bmm. Bmm. Hmm. Okay. Warum stehen wir hier rum wenn sie... Mh... Nur Kornkorken. Ach du verdammt. Das Mädel mit der Power-Armer. Nur das Mädel mit der Power-Armer ist angegangen. Der hätte einfach nicht raus kommen dürfen. Wo ist die? Müsste nicht hier irgendwo liegen. Wie ist der Typ rausgekommen? Ich gehe noch nicht ran. Wie ist der Typ rausgekommen? Oh und da ist sie. So wie Mädel. Warum stehen wir hier rum wenn... Aber gern lassen sie sehen was sie haben. Mähre Whiskey Flasche habe ich mitgenommen. Gute Arbeit. Mähre Whiskey Flasche. Ich hoffe da drin riecht es nicht wild. Ich habe so viele Nuka-Cola-Granaten gerade verspendet auch dafür. Ich gehe das nächste mal rein. Ich komme zuerst draussen auf. Jetzt sollte ich noch 10 Millimeter Muni haben jetzt auch. Und Pistolen. Mähre Whiskey Flasche. Wo? Oh. 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 ich hoffe ich habe nichts da gute arbeit das was wir unser klo war angetan haben jetzt gibt es nicht mehr viele leute die noch leben hier schon zwei follower verloren in die schlichte hüte nicht gut ich habe sogar noch platz unglaublich meine damen und herren die haarklammer dürre ist ober wir haben wieder eine haarklammer es geht mit mehr haarklammern weiter endlich sind wir nicht mehr haarklammerlos das verdammt nötland haben wir noch blechdosen haarklammerlos das sollte ich jetzt mehr als genug haben Robotonies Das war's. Ah, ich dachte, Glover wird bis zum Ende überleben. Um ehrlich zu sein, bin ich nur froh, dass es nicht Jericho war. Das hätte mich ein bisschen härter getroffen. Ein bisschen härter. Haar, Klammern? Nein. Wenn er es überhaupt so lange überlebt. Mr. Jericho. Okay, okay, zurück nach Megatown. Danke fürs Zuschauen. Es geht weiter. Mit Haar, Klammern. Aber ohne Glover.